Ich kann mich noch erinnern, wie diese Frau und ich dich in das U-Boot gesetzt und dich nach oben geschickt haben. Da warst du höchstens zwei Jahre alt. Ja, ja, du warst mein Ass im Ärmel. Aber du warst für mich auch fast sowas wie ein Sohn. Und deswegen schmerzt es jetzt. Verrat, Kleiner. Ja, manches im Leben tut einfach weh. Los, geh jetzt! Stich mit der Nadel zu! Komm, Schau, Kleiner! Du willst es wirklich wissen, na? Schau, Kleiner! Steine! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR intensity Bist du auch, Mr. B? ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin wegen von Sandra Beter. Ich bin wegen unserer Leben. Ich bin wegen unserer Leben. Ich bin wegen seiner Leben. Und wer ein Einzelpüter ist? Ich habe jeden Tag ein Gespräch für ihn zu spüren, während ich mein Spender bin. Was du denn? Doch, wenn du so einen Einzelpüter bist. Okay! Armdiff! Schmeck in die Abenteuerung! Ich habe einen harden Bezug, wegen der Augen zu sehen. Ich werde mich nicht verletzen. Was wäre denn was? Nein! wszystko in welchem Engel alle Uncle in wir vont. Kann ichесть anderes? Wer kommt? H Everyte du bist alleine auf dieser Welt! Ich habe immer gegenseitig. Nun Zapf ich an meinem Kopf laShot. Das war's für mich. Was ist denn? Du willst mir doch keine Schossen aus! Ich hab' mich mal angekommen! Ich habe dich erschaffen lassen! Ich habe mich an die Oberfläche geschickt! Ich habe dich zurückgeholt und dir gezeigt, was du willst und was du kannst! Sogar das Leben an, dass du dich zu ehren glaubst, ist etwas, was ich mir ausgedacht und die egelen Kopf, die du mit habe! Also... Oh my god, no! Oh my god! Was ist denn? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Sie wollten dir alles geben, habe ich recht? Und als Gegenleistung hast du ihnen das gegeben, was ich von dir erwartet habe. Brutale Gewalt. Du hast dir genommen, was du wolltest. Alles Adam, alle Macht. Dein Vater hatte Angst, dass die Welt ihm das Geheimnis seiner Stadt entreißen könnte. Stattdessen hast du das schlimmste Geheimnis der Welt in deine Gewalt gebracht. That ist eine völlig-verschüsse. Das ist eine völlig-verschüsse. Das ist ein völlig-verschüsse. Und das ist eine völlig-verschüsse.